Ich lerne Deutsch. Nummer 15.144 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich bin bereit, Geschäfte zu machen, aber bisher hat noch niemand auf meine Werbung reagiert. Ich bin bereit, Geschäfte zu machen, aber bisher hat noch niemand auf meine Werbung reagiert. Deine Ausrede für das Verschlafen klingt seltsam. Deine Ausrede für das Verschlafen klingt seltsam. Die positiven Veränderungen stimmen mich zuversichtlich. Die positiven Veränderungen stimmen mich zuversichtlich. Optisch ähnelt die Kopie dem Original sehr stark. Optisch ähnelt die Kopie dem Original sehr stark. Die Kopie sieht dem Original zum größten Teil sehr ähnlich. Das Gehalt eines Programmierers variiert je nach Erfahrung, Ausbildung und Standort. Das Gehalt eines Programmierers variiert je nach Erfahrung, Ausbildung und Standort. Jeder will etwas von mir. Ich kann nur eine Sache nach der anderen erledigen. Alles andere bereitet mir Kopfschmerzen. Wir haben Apfelminze angepflanzt. Sie blüht von Juni bis August. Wir haben Apfelminze angepflanzt. Sie blüht von Juni bis August. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Wenn Sie ein Like. Gott Blüht von Juni bis August. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020